Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10 Und weil Gott gerecht ist, wird es eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde geben. Und die Bibel sagt in Römer, Kapitel 6, Vers 23 Also der Lohn, was wir uns verdient haben für die Sünde, ist der Tod. Natürlich sterben wir alle irgendwann einmal, aber worum es hier eigentlich geht, ist die Hölle. Und als Menschen vergleichen wir uns gerne und denken, ich bin nicht so schlecht wie der andere oder ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin, ich habe nicht die Hölle verdient. Aber wenn wir uns mit Gott vergleichen, dann stehen wir alle sehr schlecht da. Die Bibel sagt in Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8 Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also die Bibel spricht von einem zweiten Tod. Das ist der See, der von Feuer und Schwefel brennt, was wir als Hölle bezeichnen. Die Hölle ist ein Ort der Qual, der ewigen Strafe. Und man kommt eben nicht raus aus der Hölle. Sie ist ewig. Und was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat, weil wir alle schon mal mindestens gelogen haben. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Mörder, aber jeder von uns ist mindestens ein Lügner. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht, dass wir alle die Hölle verdient haben. Aber es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte nicht, dass du zur Hölle fährst. Er möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Er möchte dir schenken, dass du in den Himmel kommst. Und dieses Geschenk ist in Christus Jesus. Und mit einem Geschenk ist es so, du kannst dafür nichts bezahlen, nicht wahr? Wenn ich dir zum Geburtstag angenommen eine Bibel schenke und sage, jetzt will ich einen Euro dafür haben, dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, ich will, dass du dafür mein Auto reparierst, dann ist es kein Geschenk mehr. So ist es auch mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also nochmals, das ewige Leben ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk. Und die Bibel sagt, nicht aus Werken. Denn viele Leute denken, sie müssen irgendwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen, irgendwie gute Werke tun. Aber die Bibel sagt das Gegenteil, nicht aus Werken. Ewiges Leben in den Himmel zu kommen, ist ein Geschenk. Jetzt stellt sich die Frage, wer hat dafür bezahlt? Irgendjemand muss dafür bezahlen. Du bezahlst nicht dafür, für dich ist es ein Geschenk. Aber wer hat dann dafür bezahlt? Die Bibel sagt im bekanntesten Vers, Johannes Kapitel 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also Gott hat seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Und wie die Bibel da schon sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Aber er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Du hast bestimmt schon mal gehört vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, und diese drei sind eins. Also es sind drei Personen, die ein Gott sind. Und die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Also Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Und er kam hier in menschlicher Gestalt auf diese Erde, hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat also das geschafft als Mensch, was wir nicht schaffen können. Er hat nie gesündigt, in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden, sagt die Bibel. Er hat Gutes getan, hat Kranke geheilt, hat Blinde sehend gemacht, hat viele Wunder getan, hat die Wahrheit gesagt und das Evangelium verkündigt. Und wenn Menschen die Wahrheit sagen, dann werden sie manchmal dafür gehasst. Und so war es auch mit Jesus. Sie haben ihn gehasst und ans Kreuz genabelt. Und die Bibel sagt, als er da an dem Kreuz hing, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus da an dem Kreuz hing, war es so, als hätte er meine Sünden begangen, deine Sünden begangen, die Sünden der ganzen Welt. Also Jesus wurde an unserer Stelle bestraft, nicht für das, was er getan hatte, denn er hat nichts getan, sondern für das, was wir getan haben. Er wurde für unsere Sünden bestraft. Das heißt, Gott selbst hat dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Und er war drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle, sagt die Bibel. Und am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Und die Bibel sagt, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Er hat den Tod besiegt und kann dir dadurch ewiges Leben schenken. Und achte darauf, in Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht, nicht jeder, der sich taufen lässt, nicht jeder, der sich von seinen Sünden abwendet, ein besseres Leben lebt, sondern jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Kommt nicht in die Hölle. Und die Bibel sagt auch in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Frage in der Bibel. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, in den Himmel zu kommen ist sehr einfach. Du musst einfach nur glauben an Jesus. Das ist alles. Das ist die einzige Voraussetzung. Wenn es sonst noch eine Voraussetzung gäbe, irgendwie zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten oder so, dann wäre es kein Geschenk mehr. Und dann würdest du das nicht zu 100 Prozent schaffen. Also, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen. Wenn ich sage, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, dass ich dir vertraue. Du musst zu 100 Prozent Jesus vertrauen. Nicht irgendwie zu 10 Prozent auf dich und zu 90 Prozent auf Jesus, sondern zu 100 Prozent auf Jesus. Denn das Ding ist, wenn ich zu 10 Prozent auf mich vertraue, dann vertraue ich zu 10 Prozent auf einen Lügner. Ich kann mir selbst nicht vertrauen, sondern wir müssen Jesus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Und die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie lange dauert ewig? Ewig bedeutet ohne Ende. Das heißt, wenn Jesus dir einmal ewiges Leben schenkt und du dann später in deinem Leben eine schlimme Sünde begehst, irgendwie eine Bank überfällst oder noch schlimmer, einen Mord begehst. Einfach nur als Extrembeispiel. Wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott kann nicht lügen, er kann sein Versprechen nicht brechen. Er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal Gottes Kind bist, dann bist du für immer gerettet. Es ist wie mit einem Vater und seinem Sohn. Der Sohn kann zwar das schwarze Schaf in der Familie sein, sich streiten mit dem Vater, vielleicht sogar sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber er wird trotzdem der Sohn seines Vaters bleiben. Genauso wirst auch du, wenn du einmal gerettet bist, immer Gottes Kind bleiben. Du kannst nicht verloren gehen, du wirst niemals in die Hölle kommen, wenn du einmal geglaubt hast an Jesus, ewiges Leben hast. Einmal gerettet ist immer gerettet. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also du musst mit deinem Herzen glauben, auf Jesus vertrauen, dass er für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und mit dem Mund bekennen, sagt die Bibel. Also einfach Jesus deinen Glauben bekennen. Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dass du die Hölle dafür verdient hast und wenn du das auch Gott so bekennen kannst und wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er begraben wurde und auferstanden ist als Bezahlung für deine Sünde und wenn du glaubst, dass du nichts anderes tun musst, als an Jesus zu glauben, um in den Himmel zu kommen und wenn du glaubst, dass das ewige Leben ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst, dann lass mich dir helfen, ein Gebet zu formulieren. Und es geht dabei nicht um eine bestimmte Formel, es geht nicht um die exakten Worte, sondern es geht darum, dass du deinen Glauben Jesus bekennst, dass du das in deinem Herzen zu Gott betest. Lass uns beten. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe, aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Danke. Amen.